Dr. Farke, bitte in den OP. Dr. Farke, bitte. Zurück daheim, du nähst dir ein Kleid. Jetzt stehst du als Mädel in der Schlange, aber du kommst mit dem Fetzen nicht rein. Heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Du denkst, dass du heiß bist, nur weil du jetzt Eis trägst. Und du hast fast 1000 Freunde, aber nur bei MySpace. Scheißleben, als du grad zwei fremde Ladies einlädst. Kommt ein Typ und sagt dir, dass es heut für dich nicht reingeht. Du willst die Party, brauchst die Party. Du loppst einfach mal noch keine 18, schau nicht. Vergiss es und warte, bis du reif bist für den Laden und bis dahin, guck Arte, der Laden ist voll. Die Stimmung ist heiß, du stehst in der Schlange mit zwei Mädels, aber du kommst hier mit 16 nicht rein. Heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Zurück daheim, du nähst dir ein Kleid. Jetzt stehst du als Mädel in der Schlange, aber du kommst mit dem Fetzen nicht rein. Heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Du bist Frauen, die nicht mal wissen, dass man in Discos auch tanzen kann. Die sich bespringen lassen, wie die San Francisco Straßenbahn. Du bist hier genau richtig, aber leider nicht mal 17. Leider nicht mal 17, du bist leider nicht mal 17. Du bist Frauen, die nicht mal wissen, dass man in Discos auch tanzen kann. Die sich bespringen lassen, wie die San Francisco Straßenbahn. Du bist hier genau richtig, aber leider nicht mal 17. Leider nicht mal 17, du bist leider nicht mal 17. Bei Kinderpartys, Kinder Country, das ist lächerlich, denn Kinder Country heißt in Amerika Neverland Ranch. Der Laden ist voll, die Stimmung ist heiß. Du stehst in der Schlange mit zwei Mädels, aber du kommst hier mit 16 nicht rein. Nicht rein, nicht rein, heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Nicht rein, nicht rein, zurück daheim, du nähst dir ein Kleid. Jetzt stehst du als Mädel in der Schlange, aber du kommst mit dem Fetzen nicht rein. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Nicht rein, nicht rein, du sagst, du willst hier rein. Und ich sag raus, zeig mir deinen Personalausweis. So kommst du nicht rein, du fliegst jetzt raus. Zusammen mit deinem Personalausweis, Dokument. Der Laden ist voll, die Stimmung ist heiß. Du stehst in der Schlange mit zwei Mädels, aber du kommst hier mit 16 nicht rein. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, zurück daheim, du nähst dir ein Kleid. Jetzt stehst du als Mädel in der Schlange, aber du kommst mit dem Fetzen nicht rein. Nicht rein, nicht rein, nicht rein, heyo, du kommst hier mit 16 nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Bis zum nächsten Mal.